die mission fertig die opus zu cutten und das ich auch machen ja wir haben die du kannst hier halt mache ich mir gleich selber persönlich noch mal weiter oder mache ich das noch mal wenn ich dann mit jemandem samt gleich noch spiel im nice stream oder muss gucken wann ich das mache da spiel ich vielleicht jetzt bist du mal durch sprich jetzt so einfach mal das durch haben das jetzt im spiel doch ist notwendig geworden ist es liegt nun an uns das ultimative opfer für die sicherheit der souveränen kolonien die wir zu schützen geschworen haben zu erbringen wir wissen dass wir keine ruhe zu so hier ist noch was noch platine sehr gut feierrate wenn wir diesen film sehen bedeutet das dass die isolierung trotz sämtlicher vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist es liegt nun an uns das ultimative opfer für die sicherheit der souveränen kolonien die wir zu schützen geschworen haben so ja wie sehr das ist dieser weg wird kein leichter sein nach kandatschis können sie auch noch was wir werden alle vollkommen sein aber schön schaden ist auch da das ding zur drohde nummer eins aber das hat gerade schon würrisch und wumms gebracht ich war auch der bestie ich habe sagt mich herumzuschlafen wir können uns eins nehmen und abhauen wenn ihnen was an ellie liegt tun sie es für sie haben sie nicht zugehört wir sind die einzige hoffnung die menschheit zu retten es gibt keine hoffnung wir können nur hoffen zu überleben und von diesem planeten zu verschwinden ja doch recht aber zum teilen wie sehr dadurch solange aber der marker an ist da solange der marker an ist dann passiert dann wird es immer was passieren du musst auch dran denken ne bergberg perfekt kann ich das nice machen ich habe sie zerstückelt also ehrlich ganz super die 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 Stopp doch mal! Danke! Wie viel Energie abstechen dich noch? Ach, pauschen noch! Zwischendurch zwischendurch herrscht der mal! Position ist mal hier... Ne... Da! Ich weiß ganz genau, dass ich die Leichen hier... ...gesprengt habe. Ich sag mal Spiellogik. Oben! Natürlich wieder oben dran. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir da? Au! Was ist los mit dir da? Was ist los mit dir da? Wir haben eine Waffe! Baut die! Bist du ehrlich? Immer noch! Wer ist denn was denn übernehmen? Immer noch! Noch einer! Noch einen! Ne! Die feiste Viecher geben einfach nicht auf! Und jetzt bei der Throne, ne? Perfekt! Passt! Alle bei der Throne sind wieder unterwegs! Und ab nach oben! Aber ich sagte, ich muss aber richtig gehen! Und ich sagte ehrlich... Der Marker muss weg! Der Marker muss definitiv weg! Wer war das? Geht sie nichts an! Bastard! Fünf hier nach oben! Ach da waren doch die Gespräch auch von den drei Feilen! Weil sie sind jetzt bei Fallen dort. So, Nummer 1 Natürlich muss Isaac das alles machen Typisch Und wie ich gesagt, ich spiele das Spiel auf normal, also ich spiele das nicht irgendwie auf leicht oder sonst sowas Und trotzdem sind die Viecher so leicht daun Also da denke ich mir ehrlich, was zum Teufel soll das? Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber Noten, kannst du uns helfen? Wow, das soll wohl ein Scherz sein Vergessen Sie es, ich gehe rein, Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern Wenn Sie sagen, gehen Sie in den Käfig Gut Wirklich? Nein Also Santos, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensorauflatz der Waffe nach einem Nervenmatch Er sollte Ping machen, wenn Sie nah dran sind Und dann? Ich schätze, dann schießen Sie eine Sonde rein Meine Telemetrie sollte aufleuchten und wir besuchen Sie nicht mehr Endlich das Simples, oder? Genau Okay, ich ziele mit der Sonde und folge dem Ping Klingt gar nicht so schwer Hm, nichts Ich muss einen stärkeren Signal-Ping finden Ich habe einen schönen Tag Ich habe einen schönen Tag